Was ist mit dem Preismoratorium und dem Herstellerrabatt zu tun, der ja jetzt in erhöhtem Maße durch das GKV-Änderungsgesetz gekommen ist? Und wir sehen die Gefahr, das heißt wir stellen es konkret sogar schon fest, dass Firmen, die Monopolpräparate anbieten, hier ihren Preis ohne den Herstellerrabatt, der ja für uns bisher nicht gültig ist im stationären Bereich, uns berechnen und so den Preis für den stationären Bereich teurer darstellen als für den GKV-Bereich. Also wir sind nach wie vor durchaus interessiert an einer freien Preisbildung in der Klinik. Nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Aber wir haben hier im Prinzip keine Möglichkeit mehr auf dem Verhandlungswege aus den vorhin genannten Gründen, sprich also relativ monopolistische Struktur der Hersteller in diesem Bereich, hier auf dem Verhandlungswege bessere Preise zu erzielen. Und deswegen sehen wir hier einen zumindest teilregulativen Aspekt als Notwendigkeit. Also wir stellen uns vor, eine Deckelung der Preise auf dem Niveau, was für GKV-Patienten zu bezahlen ist. Wir wollen die freie Preisbildung im Krankenhaus durchaus beibehalten. Aber wir haben hier es zum ersten Mal mit einer Situation zu tun, dass eben tatsächlich höhere Preise als im GKV-Bereich entstehen können, was früher eigentlich gar nicht möglich war, weil es da auch diese regulativen Eingriffe nicht gab in die Preisbildung. Und deswegen sehen wir hier unbedingt Handlungsbedarf. Denn wir sehen tatsächlich hier eine deutliche Mehrbelastung der Kliniken auf uns zukommen. Also die Herstellung von Sterilrezepturen in öffentlichen Apotheken findet statt an einigen Stellen, nämlich bei den Apotheken, die entsprechend ausgestattet sind. Das ist durchaus eine nennenswerte Zahl. Aber es ist bei weitem nicht in dem Umfang der Fall, wie eine Nachfrage von Patienten nach sterilen Rezepturen, wenn wir es mal auf diesen Terminus vereinfachen wollen. Also dieses Argument wird natürlich vorgetragen und das muss man ernst nehmen. Denn es mag tatsächlich in Einzelfällen Tendenzen geben, wo Apotheken sorgen, dann ziehen wir uns auch ganz aus der Rezepturerstellung zurück. Das kann sicher nicht Sinn der Sache sein, denn die Apotheke, so wie ich sie kennengelernt habe in vielen Jahren und wie ich sie auch immer noch verstehe, ist schon die Stelle, wo Arzneimittel in jeder Form zunächst mal behandelt werden. Sie werden gehandelt, sie werden aber auch hergestellt. Nur es gibt Rezepturen, die erfordern ein besonderes Know-how, die erfordern besondere technische Ausstattung. Und das kann man nun nicht von jeder Apotheke verlangen. Es gibt Einzelne, die haben eine Herstellungserlaubnis nach § 13 und könnten so als Lohnhersteller verstanden werden. Das ist aber sicher nicht unser Ziel. Nein, es geht hier wirklich darum, dass wir den Patienten helfen wollen, die sonst umherirren, bis sie eine entsprechende Apotheke finden würden, die dazu technisch in der Lage ist. So könnte jede Apotheke hingehen und sagen, hier bitte du Nachbar-Apotheke oder du Krankenhaus-Apotheke, mach mir diese Rezeptur, ich bezahle dir was dafür und der Patient hat dann eben sein Medikament und darum geht es. Wir haben überhaupt kein Interesse, hier irgendwelche Geschäftsfelder auszuweiten. Das ist kein Geschäft, das muss man mal deutlich sagen. Da kann man vielleicht Kostenneutralität erzielen, aber mehr auch nicht. Also Geld wird damit nicht verdient. Ich sehe hier wirklich einen gemeinnützigen Ansatz.